Willkommen zurück, Freunde, bei House of Creep 2. Ja, wir sind gerade hier stehen geblieben, bei diesem Raum, mit diesem netten, äh, ja, Menschen. Und haben kein Lampenöl. Haben wir... Ja, das ist ja perfekt, das ist ja echt Wahnsinn. Echt super. Ach ja, die haben wir alle kaputt gemacht. Okay, sei der Teller nur. Ah! 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 So, und wir drehen gerade durch. Nein. Noch ein Schlüssel, oder? Yeah. Oh, ich merke das nicht. You thought it's a key for the bonus room. Oh, ein Bonus Room, yeah! Ehhhhh... Gut ist, pick up so many Items you want, but if you pick one of the three fake Items all, oder? Das will disappear. Ah, ich werd sicher gleich am Anfang das Falsche aufnehmen. Okay, 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 wir brauchen ganz viel Öl. Komm, bitte. Ja, 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 sehr schön, 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 sehr schön. Ja, 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 okay, 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 laut da noch mehr. Ja, ja. Nein! Nein, nein, okay. Aber, aber wir, oh, wir haben Lampen, oh, oh. Ja! Ja! Okay. Ah, ich kenn's mit der Bonus Room. Ja, äh, Entschuldigung, das bin ich. Ich, mag schenken. Okay, nicht. Hey! Ein Apfel. Auch wenn der nicht mehr sehr lecker aussieht. Der hat ein Geschwür an der Seite. Den würde ich nicht essen. Ah, oh mein Gott. Ja, ja, sieht das geil aus. Uh, das ist ein Schlüssel. Hier sind ganz viele Äpfel. Wie sind's hier so viele Äpfel? Hebe, ähm, bewahrt bitte Äpfel in so'n Dings da auf. Okay, das ist wahrscheinlich dafür. Jep. Kommt doch gleich sicher wieder was. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der kommt hier nicht rein. Der kommt hier nicht rein. Der kommt hier nicht rein. Oh Gott, komm mal her, schwein. Der ist viel zu doof, um hier reinzukommen. Das weiß ich, das weiß ich. Hallo? 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 Sag mal, backst du an der Ecke fest? Oh, du bist echt gebackt. Okay, okay, ich sprinte verbreit auf drei. Eins, zwei. Renn, 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 renn. Die haben zwei Leibdauern aufgenommen, okay. Ich glaube, da hast du schon einige geschnitten. Die haben zwei Leibdauern aufgenommen, okay. Die haben zwei Leibdauern aufgenommen. Die haben zwei Leibdauern aufgenommen. Oh, er ist weg, er ist weg, er ist weg, er ist weg. Er ist weg, er ist weg, er ist weg. Er ist weg, er ist weg, er ist weg. Nee, nee. Sag nicht, dass das jetzt zu Ende ist. Ich habe den Part gerade jetzt angefangen. Das wäre schlecht. Ich werde das nicht erinnern. Oh, Mann! Toll! Na, egal. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich kann den Part doch nicht nur 3-4 Minuten lang machen, das wäre doch verarsche. Äh... Ja, und wie geht's euch so, also... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist doof. Außerdem... Wir können nicht hier. Ich gehe nicht hier lang. Ja, also... Äh... Ja. Hm. Ich kann den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Von mir aus. Aber nein. Äh, ja okay. Okay, Freunde. Dann werde ich mal sagen, werde ich jetzt hier kurz einen Cut machen. Gucken, ob ich noch irgendwas dranhänge. Oder ob ich einfach so kurz lasse, wenn's ein bisschen doof ist. Na egal, ich sag immer tschüssi.